Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Ursprünge des Reinheitsgebots gehen zurück bis ins Mittelalter, als Bier noch ein Grundnahrungsmittel war. Daher war es den Obrigen ein besonderes Anliegen, die Qualität extrem hoch zu halten. Am 23. April 1516 verkündete dann der bayerische Herzog Wilhelm IV. offiziell das Reinheitsgebot und legte dabei fest, dass zur Bierherstellung nur drei Zutaten hergenommen werden dürfen. Unter Einhaltung des heutigen Reinheitsgebots verwenden wir bei Paulaner Wasser aus unseren hauseigenen Tiefbrunnen, Malz hier aus der Region, Bestenhopfen aus der Hallertau und Hefe aus unserer Reinzucht. Alles 100% natürlich, Konservierungsstoffe braucht es da nicht. Auf 500 Jahre Reinheitsgebot. Prost! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017